Heute, mit einer Whisper-Challenge... EINE! Ah, Bruder, rauchen wir eins! Ja... Kleiner Pizza, Alter! EINE! EINE! Achso! Halt mal, warum lachst du jetzt? Ja, weil die Speicherkarte... War richtig zauber. So, was geht ab, Leute? Die Aufnahme machst du gerade jetzt ein zweites Mal, weil gerade meine zweite Speicherkarte einfach mich komplett verkauft hat. Heute wieder mit einem neuen Video MGP vs. Vasili... Was hast du da so schaden vor? Bruder, ich muss lachen, weil... Kannst du mich nicht... Bruder, wir sitzen eine halbe Stunde, wir reden die ganze Zeit, das scheiß Ding... Ich auch, was ist dein Problem? Heute, mit einer Whisper-Challenge, wir haben gerade auch gegessen, der Vasili hat seine drei besten Sandwiches gezeigt, ich hab da mal eben auch euch gezeigt, könnt ihr gerne mal einfach mal abchecken nach dem Video, verlinke ich einfach in der Beschreibung. Die sind vom Feinsten geworden, wirklich, vom Allerfeinsten. Was wir heute machen, ist eine Whisper-Challenge. Die Leute, die nicht wissen, was das ist, einmal ganz kurz... Wasili, warum bist du so? Hässlich. Nochmal? Hässlich. Nochmal? Hässlich. Hässlich. Kleiner Basterd! Hässlich. 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 Das haben wir schon auf dem Impact-Channel gemacht, die Leute haben sich behindert gelacht, deswegen dachten wir uns einfach, machen wir jetzt mal vor, meiner warme und meinem hübschen Ich. Ähm... Ähm... Fängst du an oder nicht? Du fängst an. Ok, mal. Leute, wir wollen einfach jetzt noch aufhören, und ich höre. Äh... Der größte Pisch von Deutschland ist wer? Schreibt's mal in die Kommentare. Keiner Pisch! Ja ja... Er hört uns nicht. Er hat dich nicht beleidigt. Was hast du gemacht? Gar nichts. Ich bin ein Bergpitsch. Ich bin Pic. Ich bin ich. Ich bin ein Bergpitsch. Nein. Er hat das selber gesagt. Ich weiß nicht, was du mir andrehen willst. Bin ein Bergpitsch. Ich bin ein Bergpitsch. Ich bin ein Bergpitsch. Noch mal. Ich bin ein Bergpitsch. Bergpitsch. Pikachu. Ich bin ein Bergpitsch. Bergpitsch. Er hat selber gesagt, er ist ein Bergpitsch. Warte, mach mal einen anderen Tracker. Der ballert nicht mehr. Mir fällt kein Satz ein. Was? Mir fällt kein Satz ein. Mir fällt kein Satz ein. Mir was? Mir fällt kein Satz ein. Zu schnell, Bruder. Mir fällt kein Satz ein. Mir fehlt? Mir fällt kein Satz ein. Mir fehlt was? Ja, was fehlt dir? Mir fällt. Bleibt doch mal locker. Du bist nicht im Club, ne, du. Mir? Mir? Fällt? Mir fehlt? Fällt, fällt. Fällt, fällt. Mir fällt. Kein. Mir fällt kein Satz. Ja, ich kenn den Satz. Mir fällt kein Satz ein, oder was? Ja, hab ich dir gesagt, Bruder. War das korrekt? Ja, aber das war nicht der Satz. War falsch? Das war... Ich hab... Hör auf zu trampeln. Du trampelst das Schimmer wie meine Mutter. Ich bin sein... Ich wollte sagen, ich bin seine Mutter. Ich bin seine zweite Mutter, ne, nur zu empfohlen. Ich... 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 Habe... Habe... Ja. Ich habe... So viele... Nochmal, ich habe... Ich... Habe... Ich habe... So... Sinnlos? Nein. Ich... Sonderschule? Ich... Habe... So... Ich habe schon. Nein. So. Du musst mir Kuss geben. Komm, wir haben. So. Ich habe... Tarnöcke. Ich habe schon. So. Ich habe schon. Schon. Habe... So. Ich habe so. So. Warte, Musik. Scroll! I'm a 6ix9ine. I'm the best boy. Damit du mich auch nicht hörst mit deiner Bitch. Benzack. Benzack. Alle, die immer Mercedes oder Benz sagen, der machen immer den hier. Mercedes Benz. Okay. Ich habe so viele... Ich habe so... So... Viele... Viel... Nicht viel. Viele. Viele. Genau. Ich habe so viele... Frauen. Frauen. Wie? Wie? Sand. Sand. 6ix9ine. Ich habe so viele Frauen... Wie? Wie? Sand. 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 Was ist das? Bist du auf Schatzsuche? Was soll das sein? Steve Hawking. Sand. 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 Sand! Ich habe so viele Frauen... Gefickt. Ich habe so viele Frauen... Wie? Nein. Wie? Wie? Ich habe... Was ist das für... Ich habe so viele Frauen... Der Satz ist von Feinkopf. Nein. Ich habe so viele Frauen... Wie Sand am Meer. Ich? Du füllst meinen Kopf gerade. Ich habe so viele Frauen... Mama riecht dein Maul auf. Wie? 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 Was? Wie? Wie? Achso. Ich habe so viele Frauen... Wie? Das habe ich gehört. Sand. 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 Dein Blizzery. Wie Sand. Wie Restrente. Sand. Ich habe so viele Frauen... Wie Rente. Ich habe so viele Frauen... Wie Sand am Meer. Ja, genau. Ah. Bruder, rauchen wir... Eine Shisha... Auf deinen Nacken. Wir fangen langsamer... Warte mal. Bruder. Bruder. Rauchen wir... Eine Shisha... Auf deinen Nacken. Nein. Bruder. Bruder. Rauchen. Bruder. Rauchen. Rauchen. Bruder, geh. Rauchen. Bruder, aua. Ich gebe dir gar nicht aua. Bruder, rauchen. Bruder, rauchen. 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 Ah. Bier. Bruder, rauchen viel. Bier, Bier, Bier. Viel. Bier. Bruder, rauchen viel. Du hast gerade zu mir gesagt, bin ich dumm im Kopf? Ich hab das, diese Sektion sehe ich sofort! Bruder, rauchen, wir, wir, alle, Bruder, rauchen wir eine? Oh, das ist ein gutes Lied, da hört man gar nicht. Ja, schrei doch nicht so! Bruder, rauchen wir eine? Bruder, rauchen wir eine? Bruder, rauchen wir eine? Bruder, rauchen wir eine? 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 Eine, Mödo, eine? Ich hab deinen Mund noch nie so weit offen gesehen. Er hat sich gestern auch gesagt. Eine? Eine? Bruder, rauchen wir einen? Eine? Eine? Ah, Bruder, rauchen wir eins? Ja, kleiner Pizza, Alter. Eine? 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 Achso! Bruder, rauchen wir einen? Ah, Bruder, rauchen wir eine? Ah, Bruder, rauchen wir eins? Nein! Ja, du hast dich gefickt! Was? Bruder, rauchen wir eine? Bruder, rauchen wir einige? Bruder, rauchen wir einige? Bruder, fick mich nicht mit diesem Satz! Ein hab ich gesagt! Eine! 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 Bruder, rauchen wir eine? Eine! Bruder, rauchen wir eine? Bruder, rauchen wir eine? Shisha! Shisha! Zusammen? Bruder, rauchen wir eine Shisha? Zusammen? Zusammen! Auf? Auf? Deine? Auf? Deine? Mein? Deine! Auf dein? Deine! Bruder, rauchen wir eine Shisha auf deinen Nacken? Nein! Kleiner Peach, Alter! Ich? Ich? Liebe? Liebe? Meine? Ich? War richtig! Ich? Ich sag dir, wenn es falsch ist! Ich? Liebe? Liebe? Meine? Meine? Peach? Nein! Ich? Liebe? Meine? Mathis? Meine? Meine? Ich liebe mich? Nein! Aber tu ich! Ich liebe meine? Me? Meine? Meine? Ja! Ich liebe meine? Community? Oh boah, treib doch nicht! Ein Wort! Hieroglyphen! Ich liebe meine? Haul! Community? Community? Ja! Ich liebe meine? Ich liebe meine Community! Wie? Viele? Nein! Über? Ich liebe meine Community! Wie? Wie? Über viele? Nein! Ich liebe meine Community! Über? Über nicht! Ach! Ich liebe meine Community! Wie? 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 Meine Familie! Ja, keine Ahnung, welche Gedanken du bekommst! I love you! Du hast es direkt gesagt! Du bist wieder eine mögliche! Ich fick dein Leben! Meistens Leute, erratet man das, wenn man sich das denken kann, weil nichts Negatives oder Positives ist, zum Beispiel wenn es nur Negatives ist, dann erkennt man sofort, okay der will mich triggern und wenn es etwas Positives ist, was hätte jetzt anderes sein können als jetzt wie meine Familie? Ich hätte auch sagen können, ich liebe meine Community wie mein Arsch! Aber das hätte es ja nicht gepasst! Das würde mir keinen Sinn ergeben! Aber du liebst meinen Arsch gar nicht, Bruder! Was? Machst du mal so! Ja! Sagst du mal meinen Arsch! Du hast guten Arsch, Bruder! No homo! Auf jeden Fall Leute! Das war's mit dem Video! Lasst auf jeden Fall Daumen nach oben da! Checkt wie ihr gehabt was ihr in diesem Video habt! Danke! Auch die Jungs! Auf jeden Fall abchecken! Ganz kurz nochmal was sagen! Leute wenn ihr Ideen habt für solche Challenges, nicht nur Whisper oder allgemein Challenges die wir noch nicht kennen und wir werden sie auf jeden Fall für euch umsetzen! Eigengepür versus Vasili! Genau! So auf jeden Fall! Peace! Haut rein! Haut rein!